Hallihallo meine lieben Zocker da draußen an dem Bildschirm. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einem neuen Let's Play. Omi spielt den Kampfknoten diesmal auf schwer. Wünscht mir viel Glück und los geht's. Kann sein, dass ich das diesmal verhaue bzw. verkacke, aber damit muss ich dann leben. Das wird jetzt sehr, sehr schwer. Naja, ist auch schwer. Uiuiuiui, dann wollen wir mal schauen, womit wir jetzt anfangen. Die alte Taktik erstmal, denke ich so, muss mal schauen, wo die Ausgänge immer sind. Da kommen sie her. Dann gehen sie, warte mal, da kommen sie her, gehen hier unten durch, da gehen sie wieder raus. Also hier ist schon mal ganz gut, wenn da einer steht. Und so, dann muss ich einen hier unten haben und einen hier oben. So, an für sich wie gehabt. Und mehr geht jetzt nicht. Nö, wollen wir die erste Runde durchgehen lassen. Damit wir dann auch nachher den ersten upgraden können. Und wie ihr seht, mache ich mal wieder auf langsam, weil mir das einfach momentan sicherer ist. So, einen scharfen Schuss hätte ich schon. Und wie viel, warte mal, eine Runde ist das ja auch erst. Könnte ich die zweite Runde auch noch nehmen, weil dann kann ich gleich den nächsten auch abdrehen. So, jetzt geht's schon mal los. Du, warte, du kriegst schon mal deinen ersten scharfen Schuss. Du da oben kriegst dann den zweiten scharfen Schuss. Wenn das mal soweit ist. Jawohl. Tja, bist du nur noch dran, mein Kleiner. Geht auch gleich los. Hm, ja, dass ich mich eh nicht immer traue, ne? Ich mach das einfach jetzt, sonst komm ich da ja nie hin. So, scharfe Schüsse habt ihr alle schon mal bei Runde 3. Dat is jut. Jo, 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 jo. Oh, ja, das schaffst du. Das schaffst du. Oh, so wenig Geld immer, Mann, das ist so doof. Die sind ja alle so teuer. Gut. Kannst nicht ändern. Wir sind halt hier immer so unheimlich teuer. Na, ja, da ist es ja. Warte, hab ich einen schon durch? Ich weiß das gar nicht, Mensch. Warte, hier oben, hier oben, du kriegst mal. Ne, der hat ja schon. Wäre jetzt nicht, tüdel ich auch mal. Warte mal, der hat, der hat und. Ne, du musst ja noch deinen Schabenschuss kriegen. Momentum, hast du gleich. Seh zu. So. Du hast ihn, oh, die Schabenschüsse sind schon mal verballert. Habe ich, sind aber hier rausgeflutscht. Ich seh das immer gar nicht. Hm. Oh, das ist verdammt sauschwer. Ja. Wisst ihr was? Ich, 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 ich will das hier. Na, 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 na. Ich muss hier unbedingt noch so einnehmen. Oh, ihr Dartis, ihr Dartis. Hoffentlich macht ihr das einigermaßen gut. Da muss er ja auch vorbei. Das ist ja auch in Ordnung. So. So. Gut, 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 gut. Weiter. Du sollst auch weiter schießen. Jawohl. Und du hier musst auch weiter schießen. Bisschen weiter zumindest. Gut. Oh, es sind schon zwei durchgeragert. Nee, 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 nee. Das ist so doof. Wo waren die durchgekommen? Da können ja nur hier. Es gibt ja nur die drei Ausgänge. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, 100 L. Das ist ja auch noch nicht was Besonderes, ne? Nee. Aber da können ja an und für sich noch gar keine, äh, na, sag mal schnell, die Unsichtbaren kommen. Können ja eigentlich gar nicht. Ich muss das noch besser absichern. In die Ecken da irgendwie noch was rein, ne? Ah. War schon mal besser alles. Je, 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 je. So, in die Ecken rein. Einmal. Hier. Nee, warte mal. Hier am besten noch. Erstmal hier am besten. Der kann schon mal am... Ich mach die alle auf Stärkste. Was soll der Geiz? So. Den da oben auch. Sind die jetzt alle auf Stärkste? Ja. Und dann geht's weiter. Ja, du musst auch erstmal was können hier, sonst geht das gar nicht. So. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie ich das immer so schön sage. Passiert ja auch nix. Irgendwie. Dauert einfach alles zu lange jetzt. Den ersten Dreier schon mal hab. Das wär ja nicht schlecht. Das nützt mir nun gar nicht viel. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist wirklich sau, sau schwer. Nee, da muss ich jetzt unbedingt den Dreier haben. Komm. Irgendjemand kriegt auch schon mal ein Auge. Du kriegst schon mal ein Auge. Und du musst auch ein Auge dann gleich kriegen. Das nützt ja alles nix. Ja, dann kriegst du auch immer so. Erstmal dein Auge. So. Hier kommt der scharfe Schuss mit den zwei Schüssen. Ja. Alles mal perfekt. Du auch schon mal. Du in der Ecke hast noch fast gar nichts. Doch, du hast fast alles. Kriegst auch schon mal dein Auge. Dann hast du das schon mal weg, ne? So. Und dann hier die Dreier. Die Dreier, bitte. So. Auch. Dann habt ihr im Äußeren schon eure Dreier. Ah, was ist mit dir? Die brauchen noch. Und da oben kannst du schon mal das Auge haben. Das dauert ja so shit lange. Noch 138. Immer noch. Ja, das ist gut. So, ich möchte, dass du den Dreier erstmal hast hier. So. Und du hier oben? Auch den Dreier-Schuss erstmal. Anders geht das ja gar nicht. Seht zu. Mann, du mir da. So. Ach, gestern habe ich ja andauernd gesungen, ne? Ja. Beim Spiel. Ach. Und dann hatte ich das die ganze Nacht fast im Ohr gehabt. Na, die ganze Nacht nicht. Aber so ziemlich viel im Ohr. Das war richtig lustig. Habe ich das immer mitgesungen. War es auch passiert. Äh. Wunder geschehen, ja. So. Ich möchte jetzt erstmal den absichern schon mal. Wunder geschehen. Ich habe es gesehen. Ja. So war das. Nee. Ich gucke vorsichtshalber gar nicht nach, in welcher Runde ich bin. Riesennägel. Acht Blumen. Ja. Ich muss jetzt mal allmählich dazu kommen, dass ich jetzt endlich mal den Schaum bekomme. Oh, Mann, Mann, Mann. Den ersten Schaum, bitte. Könnte ich mir jetzt vorstellen. So. Da ist der schon mal da. Siehste. Wunderbar. Ich wollte eigentlich ein bisschen anders spielen. Aber irgendwie schaffe ich die vielleicht gar nicht mit anderen. Na gut. Ich nehme auch nur zwei. Den nehme ich noch. Zwei Pioniere. Den Rest mal sehen. Wie ich das mache. Nee, zwei Pioniere. Die müssen reichen diesmal. Ich hätte doch auch... Ich hätte doch auch gut Bananenpalmen nehmen können, ne? Ach, jetzt Runde 34. Doch, die Bananenpalmen lohnen sich immer noch. Macht mich. Sieh zu. So. Und dann hier noch diese starken Nägel da. Die riesigen erst mal. So. Und dann gleich anschließend nochmal. Das ist alles weiter und schneller und so. Hi, Papu. Mann, Mann, Mann. Oma. Gut. So ist es gut. Jetzt können wir erst mal ein bisschen warten. Hm. Wir warten. Wir warten auf... Was weiß ich auf was wir warten. Was habe ich denn gesagt, was ich wollte? Ey, irgendwas wollte ich doch noch ganz Spezielles anders machen. Ja, habe ich das Geld schon? Nö. Ich warte mal schon auf ein bisschen Geld jetzt. Doch, die... Doch, habe ich schon das Geld. Palme. Schnell eine Palme. Und noch eine Palme. Nee, noch eine Palme geht ja. Eine erst mal so. Ich hole mir meinen Gehilfen. Meinen sogenannten oder auch Bananenbauern. Der mir immer gute Dienste erweist. So. Banani. Bäuerchen. Da bist du, mein lieber Bauer. Gut. Ich kann noch eine... Nee. Wieso? Was kostet die denn? Habe ich gleich das Geld. Habe ich gleich. Ich brauche mich unbedingt noch eine Palme, sonst würde ich das wischen. So, das muss erst mal ausreichen. Und die muss auch ausreichen. Jawollo, wollo, wollo. Ich werde die sofort... Sofortzen. Sofort, meine ich. Ich nun wieder, ne? Ja, typisch. Ich nehme noch eine. Warum? Weil ich es kann. Warte mal. Ja, das geht noch gerade eben. Aber die werde ich auch gleich schon mal... So, dass es mehr Bananen gibt. Und dann sehen wir weiter. Sehen wir weiter, gehen wir weiter. Ich mache das mal ganz anders. Ich mache das mal ganz anders. Ich mache hier jetzt eine... Eine... Eine Nagelfabrik hin. Genau. Genau. Denn da müssen die ja auch durch. Und dann noch eine Nagelfabrik. Eine Nagelfabrik. Hier noch eine Nagelfabrik. So. Heiße Nägel haben wir schon. Da oben müssen auch noch heiße Dinger sind. Heißen Nägel sind. Haben wir auch jetzt die heißen Nägel. Und dann weiter. Schneller. Und hier auch schneller. Jawollo. Auch schneller. Und in der Mitte kommt gleich ein Dorf. Muss ja hin, das Dorf. In der Mitte. Warte. Aber ich bin noch nicht so weit mit dem Dorf. Ich muss ja auch einen opfern von euch hier. Ja, wen opfer ich denn da? Ich werde dich opfern, damit ich das Dorf wunderbar hinkriege. So. Achfenläufeuer. Den Dschungel. Der geht nicht. Aber gleich geht noch hier die Festung. Jawollo. Die Festung. Kommt der schon? Wieso das denn? So schon habe ich mit dem noch gar nicht gerechnet. Meine Güte. Finde ich nicht gut. Was mache ich jetzt? Vielleicht hier oben mal die Bananen weiter upgraden. Kann ich noch nicht. Und da auch noch nicht. Nö. Ach, der macht das aber nichts. Die sind nie so schlimm. Oh, hier. Hier. Guck mal, da wird mir das gefährlich. Deswegen kommt da auch jetzt sowas hin. So. Und dann kommt hier auch noch mal eine hin. Und dann sollte das ja soweit gut sein. Ja. Denke ich mal so. Hier kann ich noch gar nichts machen. Aber ich warte auf die andere Nagelfabrik. Und da ist sie. Warte. Die muss ich hier oben hinsetzen. Anders geht das. So. So. Dann habe ich vier Nagelfabriken. Jojojo. Ich bin auch schon bei 148. Oh, das wird ein Ding, als ich sag das euch hier. Meine Güte. Ja, Finale. Oho. Nee, ist noch von nichts. Nichts mit Finale. Oho. Oho. Dann haben wir den schon mal. Und hier, dann können wir da schon mal eine schnellere Produktion hier oben auch irgendwas raushauen. Ja, und was haben wir hier raus? Gar nichts. Na ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Hauen wir da was. Aha. Ja, ja, ja. Nun. Oh. Boah. Beinahe, beinahe. Beinahe. Aber jetzt. Aber jetzt kommt eine hier hin. So. Eins, zwei. Was ist denn schleudert? Nee, die Splitterbomben geht noch nicht. Ja, aber die Rakete geht schon mal. Und das haben wir jetzt auch schon. Das ist gut. Momentum. Momentum. Nicht nervös werden nochmal. Was haben wir hier? Nee, das klappt noch nicht. Das klappt auch noch nicht. Oh, Mann ist das blöd. Gut. Also doch noch eine Rakete. Erstmal Bombe und dann Rakete. Wo soll ich das hier hin? Na, hier unten war am besten, ne? Ja. Ja, hier unten am besten. So. Größere Bombe und Rakete. Jawollo. Das ist gut. Äh, ja. Was, was? Oh, was ist so viel durchgegangen? Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Bin ich denn vom Affen gebissen? Ei, 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 ei. Und nun? Habe ich gar nicht. Wo sind die denn alle durchgegangen? Ich habe doch alles so gut, dachte ich. Ja, so verkehrt gedacht. Habe ich auch. Mensch, was mache ich denn nun? Die haben doch alle ihr Auge etwa, ne? Ja, ja, das haben die. Gut. Oh, ist das doof. Naja, es nützt nichts. Dann muss ich halt doch noch einen Pilot, einen Pionier nehmen. Nein, nützt ja nichts. Wo ist denn das, wo ist denn das nicht abgesichert gewesen? Hier oben vielleicht? Ich weiß das nicht. Ich nehme den einfach und dann sehen wir ja weiter. Oh, das ist ja ein Ding, Mensch. Schnell. Und hier auch schnell. Ach, Mann, 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 Mann. 56. Ich brauche irgendwas, was das Ganze, ups, was das Ganze noch rausreißt. Oh, ich weiß nicht, was das jetzt noch rausreißen soll. Moment, was ist hier jetzt? Nee, warte, irgendwo kann ich doch noch einen Nagelbalter. Oh, Mann. Ich habe Angst, dass ich das diesmal vergeicht, Leute. Ich muss hier auch noch in die Nägel hin. Ey, 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 ey. Lass mal die Nägel hier hin, schnell. So. Ich bin da wenigstens weg. Was kommt jetzt? Was ist im Anflug? Boah, da ist so viel im Anflug. Hm. Tjojo. Was kann ich denn hier nochmal? Nee, da ist ja gar nichts. Raketen habe ich zwei. Kannst du da noch einen hinsetzen? Ja. Warum arbeite ich nicht mit dem Kleber? Weil ich dann so viele Klebers brauche, ne? Wahrscheinlich. Äh. Ich kann ja mal ihn einsetzen. Ich kann ja mal ihn einsetzen. Den Scharfschütz. Mal sehen. Der irgendwas bringt. So. Ein Scharfschütze bringt ja sowieso nichts. Einen zweiten. Schnellen zweiten Scharfschützen. Vielleicht noch einen dritten. Ja, noch einen dritten Scharfschützen. So. Boah. Das wird wieder ein Spiel, Leute. Ich sag's euch. die scharfschützen ja die sind ja sonst auch immer ganz gut aber ich weiß nicht kann das ja nur nicht ich mache das alles mit scharfschützen jetzt so dann habe ich ja schon mal vier stück und die könnte ich immer hoch häppeln irgendwie weiß irgendwie ist das nicht so schön das dauert ja auch viel zu lange hier oben muss ich da mal was tun sonst keine kohle ach man 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 ich hab's doch gern leute ich hab's geahnt das ding muss ich noch mal machen aber nicht heute mehr nö muss mich erst mal erholen mach ich morgen und das ist so ärgerlich nee da muss ich mir eine taktik ausdenken ja einfach und mittel war ja noch gut aber auf schwer meine güte also ich bedanke mich erst mal ganz herzlich wieder fürs zugucken und ja ich wollte das ja morgen machen wollen mal gucken ob wir noch ein angespielt heute finden für euch glaube ich hab da noch was so dann mache ich erstmal schluss und sage tschüss und ganz lieben dank fürs zugucken tschüssi und weg ist sie gleich